Hallo und einen schönen guten Tag zu diesem speziellen YouTube-Video heute. Falls du mich noch nicht kennst, neu auf dem Kanal bist. Mein Name ist René Ranisch, ich bin der Geschäftsführer der Firma Frame Media. Und ja, warum ist dieses Video heute so besonders? Da heute wir 5-jähriges Jubiläum feiern. Und darüber würde ich gerne so ein paar Punkte heute mal ansprechen oder auch nochmal erzählen. Ein paar Storys, was so die letzten Jahre ein bisschen besonders war. Wo es vielleicht ein bisschen hart war, wie das alles angefangen hat. Wie überhaupt Frame Media so ein bisschen entstanden ist. Und ja, vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Und ich hoffe, du bleibst bis zum Ende. Ja, ich kann mal kurz nochmal rückblickend erfassen. Heute vor 5 Jahren, da war ich tatsächlich noch angestellt. Und da habe ich mir Urlaub genommen, 2 Tage. Weil ich mir heute vor 5 Jahren so gedacht habe, ey, heute tust du das mal offiziell anmelden. Weil davor habe ich halt diese ganze Foto- und Videogeschichte so ein bisschen nebenbei gemacht. Immer am Wochenende für kleines Geld. Viel mit DJs unterwegs gewesen. Damals schon Musikvideos gedreht, aber irgendwie für 30, 40 Euro. Weil es halt Kollegen waren. Oder einfach, weil man ein bisschen unterstützen wollte. Und ja, da war ich damals, ich glaube morgens um halb neun, neun sowas, auf dem Weg, mein Gewerbe anzumelden. Hatte so meine Laptop-Tasche rum um die Schulter. Richtig stolz bin ich da hin. Hab das angemeldet. Und ja, als ich dann da rausgegangen bin, habe ich mir so gedacht, eines Tages werde ich meinen Hauptjob hinschmeißen, weil ich es mir nicht mehr leisten kann, da zu arbeiten. Weil mein Nebengewerbe oder irgendwann meine Firma, Frame Media, so groß ist oder so gut läuft, dass ich einfach nicht mehr für jemanden arbeiten muss. So, das war mein erster Gedanke, als ich aus jedem Gebäude gegangen bin. Und ja, es ging dann irgendwie alles schneller als geplant, dass es dann so einen Umschwung gefunden hat. Dazu muss man auch sagen, es waren nicht immer schöne Seiten oder auch nicht immer schöne Zeiten. Weil, wie du dir vorstellen kannst, alles, was man neu beginnt oder einfach neu anfängt, ist immer hart. So, die ersten Monate sind immer extrem hart. Weil du erstmal Kunden gewinnen musst, positionieren musst, dein Angebot irgendwie strukturieren musst und gucken, was du irgendjemand findest, der sich für deine Videodienstleistung oder für Fotos oder für Marketing wirklich interessiert und der auch halt die Qualität schätzt. Ist ja nicht so, dass jeder deine Sache gut findet. Auf der anderen Seite, jeder könnte ins Geschäft gehen, sich auch eine Kamera kaufen und könnte das gleiche machen wie du. Und ja, ob das am Ende vom Tag gut aussieht oder schlecht, ist ja erstmal so hingestellt. Aber vom Prinzip kann es jeder. So, was man aber nicht im Geschäft kaufen kann, ist die Kreativität. Diese Business-Gedanken oder Business-orientiert zu sein, das kann man auch nicht kaufen, das muss man lernen mit der Zeit. Und je nachdem, wie intensiv man sich tagtäglich damit beschäftigt oder was man in der Zeit macht, Wochen, Monaten oder jeden Tag. Darauf kommt es halt an, wie weit du irgendwann nach einem halben Jahr bist oder wie eingestellt du bist zu deiner Firma, die Ernsthaftigkeit, wie sichtbar du bist, die ganzen Punkte. Und ich muss dazu sagen, ich war zehn Jahre davor angestellt, also bevor ich diesen Schritt hundertprozentig gegangen bin. Und deswegen war das bei mir gar nicht vorhanden, also 0,0. Ich konnte nicht mal eine Pizza bestellen. Wenn ich überlege, als ich früher zum Beispiel mal krank war, musste meine Mutter immer beim Arzt anrufen und mir einen Termin machen. Weil ich es einfach, ich hatte Angst, ich hatte Angst, dass ich abgelehnt werde oder dass irgendwie der Arzt böse ist. Also ich hatte ganz, ganz komische negative Gedanken immer früher. Und ja, war eine sehr harte Zeit. Und irgendwann wurde es halt einfach über die Jahre dieses Hobby, sage ich mal, neben dem Hauptjob mehr. Und irgendwann kam dann dieses Jahr, wo es einfach auf der gleichen Ebene von dem Zeitaufwand, wie der Hauptjob war. Kannst du dir so vorstellen, wenn ich, weiß nicht, um fünf Uhr nach Hause gekommen bin, habe ich bis zwölf oder ein Uhr nachts an dieser Firma gearbeitet. Jeden Tag. Wochenende gab es nicht. Also Wochenende wurde immer nur gearbeitet, gedreht. Akquise betrieben, egal ob es Fotos waren, Porträtbilder, Instagram-Bilder oder ganz kurze Filme von Restaurants. Irgendwas wurde immer gemacht. Da ging es dann eher mehr darum, Erfahrungen zusammen und Kontakte zu bekommen in dem Bereich. Und auch für wenig Geld einfach ein bisschen was zu machen, dass ich kopfmäßig verstanden habe, da passiert was und es bringt was, was ich alles mache. Also es ist nicht nur, dass ich dann ein bisschen da Fotos mache und dann glücklich rausmarschiere und gut ist. Für mich war jeder Job damals irgendwie so eine Erfahrung, kopfmäßig. Und hat mir gezeigt, Step für Step, also immer in kleinen Schritten, dass es doch noch irgendwie ein anderes Leben geben muss, anstatt jeden Morgen für jemand anderes aufzustehen, also für jemand zu arbeiten. Weil umgedreht ist ja genauso. Also wenn jetzt ein Unternehmen, ein großes Unternehmen Mitarbeiter einstellt, hat er dieses Unternehmen auch irgendwann mal klein angefangen und einfach sich dann vergrößert durch halt harte Arbeit, harte Hassel, harte Arbeit. Alles nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja und durch viele Workshop, Seminare und auch Programme bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, auch kopfmäßig, dass ich gerafft habe oder richtig verstanden habe, da geht noch mehr. Ja, so. Und dazu muss ich auch sagen, meine zwei engsten Freunde, meine zwei besten Freunde, die haben 90 Prozent an dem Anfang, die sind 90 Prozent daran schuld, dass Trailmedia heute noch gibt. Weil ich muss dazu sagen, das erste halbe Jahr, die ersten sieben, acht Monate, komplett allein Selbstständigkeit, die waren der Horror. Also es ist nicht so, dass dann da jeden Morgen das Telefon geklingelt hat und es hat gehießen, das ist ein Eranich, wir brauchen einen Film, wir brauchen irgendwas, ganz im Gegenteil. Also ich muss auch dazu sagen, jetzt mal offen und ehrlich, ich bin am Anfang echt fast verreckt, verrottet, pleite gegangen. Ich habe jeden Tag bis in die Puppen gearbeitet, bis ich nicht mehr konnte. Ich hatte Augenringe bis zum Kinn und natürlich hat so dieser ganze Anfang und der Erfolg auch immer Schattenseiten. Ich muss dazu sagen, eine Beziehung ist dadurch kaputt gegangen oder hat einen großen Knacks bekommen und auch so meine Mitmenschen oder familiäre Verhältnisse war einfach out of order. Also ich muss dir vorstellen, von Montag bis Sonntag arbeiten sechs, sieben Monate lang und nichts gönnen, einfach straight durchhusteln. Da kommst du fast vielleicht in eine Depression, was ich manchmal auch gedacht habe, weil ich mir dachte, ey, bringt der ganze Kram, was ich dir jeden Morgen auf telefoniere. Jeder honkt, sagt irgendwie, nein, braucht er nicht. Muss dazu sagen, damals war ich halt im Telefonieren extrem schlecht. Ich konnte nicht verkaufen, ich konnte überhaupt nicht, ich hatte keine Ahnung von Marketing. Und ja, das war halt so die Anfangszeit. Und man muss halt auch überlegen, ich hatte jetzt keinen irgendwie finanziellen Puffer, wo ich mir da angespart habe über Jahre und gesagt habe, ey, ich mache jetzt mich einfach selbstständig. Das war so eine, ja, eine Kurzschlussaktion, mehr oder weniger, weil ich ein Jahr davor ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte auf den Grund von, ja, der Festanstellung, Nebengewerbe und einfach keine Ruhe. Also es war einfach zu viel los. Wie lässt mich so genau ein bisschen teil angehen? Es war viel zu viel los. Und dann habe ich halt irgendwann gecheckt, so ey, ich mache jetzt nur noch das, was soll passieren. So, das Schlimmste, was passieren kann, ich bin irgendwann wieder angestellt. Punkt. Ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, da Gas gegeben, bin durch Höhen und Tiefen gegangen in einem ersten halben Jahr. Ja, und ja, hätten die zwei besten Freunde mich nicht irgendwie jeden Tag aufgemuntert oder in den Arsch getreten, verbal, dann wäre ich heute nicht mehr hier, zu 100%. Und ja, was dann nach sechs Monaten mich zum Aufwachen gebracht hat, war dann einfach, irgendwann nach tausend Telefonaten hat ein Hotel, oder das tausendste Hotel, hat dann irgendwer gesagt, Herr Ranisch, wir finden die Sache gut, kommen Sie doch mal vorbei. So, und da bin ich für dieses Gespräch zweieinhalb Stunden hingefahren, damit ich mit dem Chef eine halbe Stunde rede. Und er hat dann gesagt, wir machen das. Wir machen den Vertrag, wir machen den Imagefilm, wir finden das gut. Und dann habe ich mir so kopfmäßig ausgerechnet, wenn ich jetzt nach tausend Telefonaten einen Auftrag bekomme, das bedeutet, wenn ich zweitausendmal telefoniere, habe ich zwei Aufträge. Und so habe ich mir das hochgerechnet, jetzt mal so ein Vergleich. Und ja, so ging das halt dann alle Monate weiter. Und es ist ja nicht immer so, dass jeder irgendwie Ja sagt, oder direkt sagt, komm, wir machen das. Es gibt halt auch viele, wo sich das mal querstellen und das nicht verstehen. Oder das Thema Marketing und Videos gar nicht sinnvoll finden. Und ja, dann kamen halt irgendwann neben den Musikvideos immer mehr Unternehmen dazu. Und irgendwann habe ich dieses ganze System, diese ganze Struktur einfach verstanden. Es ist ungefähr so, wenn du jetzt Fahrrad fahren lernst und ohne Stützräder versucht zu fahren und immer wieder hinfällst. Und irgendwann weißt du einmal, wie es funktioniert. Irgendwann kannst du das und kannst es halt im Schlaf. Heißt, wenn du mich jetzt nachts wecken würdest, ich könnte dir genau sagen, wie so ein Vertriebsprozess aussieht, eine Struktur, wie du am Ende auf Umsatz rauskommst. Ohne Probleme. Ja, und jetzt ist heute Fünfjähriges, leider ein bisschen alles eingeschränkt durch Corona. Damals am Dreijährigen, also vor zwei Jahren, weiß ich noch, da waren wir richtig, richtig gut essen. Also ich und meine zwei besten Freunde. Und ja, es ist halt immer krass, wie die Zeit vergeht. Und wenn ich dann mal zurück überlege, wie sich diese ganze Persönlichkeit bei mir oder diese Firma einfach entwickelt hat. Früher war das so ein Nebengewerbe. Und irgendwie, ja, ich mache ein bisschen Foto-Video-Kram. Und mittlerweile kann ich halt wirklich sagen, wir haben so und so viele Kunden. Wir haben jetzt Mitarbeiter, wir sind richtig gut aufgebaut, schalten jeden Monat extrem viel Werbung, sind überall präsent. Also man kann schon sagen, from nothing to something, mehr oder weniger. Aber nicht durch Rumliegen und Rumfaulen. Also einfach durch richtig harten Hustle, tagtäglich. Und ja, das Video hier soll dich vielleicht irgendwo ein bisschen motivieren. Da auch du, wenn du das jetzt siehst, eine Idee hast, die du was Großem verwirklichen kannst. Du solltest einfach nur mal wirklich anfangen und jeden Tag daran glauben und jeden Tag auch dafür arbeiten. Man sagt ja so, Erfolg hat jeden Tag eine Miete. Und die Miete musst du halt jeden Tag zahlen, dass du diesen Erfolg hast. Also sprich, jeden Tag Vertrieb, Calls, E-Mails, wie auch immer. Kennst du wahrscheinlich alles. Heute drehen wir hier Testimonial-Videos mit unseren Kunden. Und da dachte ich mir, weil ich jetzt noch eine halbe Stunde Zeit habe, quatsche ich einfach mal darüber, wie das alles angefangen hat. Ja, jetzt so genau auf negative Punkte eingehen oder auf Sachen, die extrem runtergezogen haben, wie, keine Ahnung, Finanzamt, Leute, die nicht zahlen und so. Das ist ja was ganz Normales und finde ich, das passt hier nicht so in das Video. Aber mir ist einfach wichtig, zum einen dieses Video zu machen, da ich weiß, was am Fünfjährigen war. Wer weiß, vielleicht am Zehnjährigen sitzen hier 10, 15 Mitarbeiter in einer großen Firma, in einer riesengroßen Halle. Also gibt es ja diverse Träume und Ziele, die wir uns gesetzt haben und für die wir arbeiten, was auch wichtig ist, weil ohne Ziele wirst du einfach nicht vorankommen. Du musst irgendwas haben, worauf du hinarbeitest. Sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig und du brauchst ja immer ein bisschen Risiko und ein bisschen Ansporn für das alles. Ja, falls du dieses Video jetzt siehst, man darf natürlich nicht vergessen, am Ende vom Video muss man immer wieder verkaufen und triggern. Warum ist das bei oben? Weil er nach vorne fällt, das ist doch ein Zeichnobel-Idiot. Ja, aber er hat ihn genau in dem Moment erwischt. Wenn du dieses Video siehst, Filmemacher bist, Musiker oder ein Unternehmen hast oder selbst ein Gewerbe und du gerne wissen würdest, wie du von deinem Stand jetzt gerade dich vielleicht vergrößern kannst oder einfach ein bisschen präsenter bist, sichtbarer wirst oder verschiedene Prozesse in deinem Unternehmen einbringen kannst oder als Musiker besser dastehen möchtest, dann schreib mir noch sehr gerne mal eine E-Mail oder bei Instagram unter www.frame-media.de und dann hoffe ich natürlich bald, dass wir uns auch mal persönlich sehen. Und ja, wenn du jetzt irgendwie eine Frage hast, vielleicht noch zu dem Video oder zu dem Thema, kannst du gerne schon in den Kommentaren austoben. Also mir wäre es auch jetzt wirklich gesagt, egal ob jetzt negative Sachen hier stehen oder einfach Daumen runter sind, weil für mich ist das einfach ein riesengroßer emotionaler Sprung, wenn ich überlege, wie ich früher war, zu heute. Also damals war ich halt auch kopfmäßig, vergesst es, nicht der Rede wert so. Also extrem katastrophal. Mittlerweile kann ich sagen, es läuft alles mehr als gut und ich bin extrem froh. Und wir sind mehr als ausgebucht und ja, was soll ich jetzt kurz dem Video noch hinzufügen? Ich hoffe nur, dass du siehst, dass du auch mal dir Gedanken machst und einfach mal aufwachst, dass das Leben sehr kurz ist und alles, was du träumst oder dir vorstellst, kannst du auf jeden Fall erreichen, wenn du einfach jeden Tag dafür was tust. Und vielleicht die Leute, die das Video jetzt sehen und mich schon länger kennen oder vielleicht schon früher kennen, die wissen noch, wie ich früher war und wie ich jetzt war. Und ja, darauf kann man halt auch mega stolz sein. Also es geht hier nicht wirklich um rumflexen oder rumprahlen oder ich habe das und habe die Kette und die Uhr und das Auto. Nein, hier geht es einfach um Erfolge, die man so nicht kaufen kann. Die alles, also die mit Blut und Schweiß verbunden sind. Ja, ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen gefallen und konnte dich ein bisschen motivieren. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Video nächste Woche wieder dabei. In dem Sinne, einen schönen Tag und mach's gut. Ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal.